Wo bist du gerade? Ich bin gleich am Eingang. Ich guck mal, ob ich schon gut kommt mit der Lotsen. Gehen Sie in den Keller! Ach, das ist einer. Du gehst gerade... geradeaus. Will er sich wirklich auf Destin verlassen? Das wird etwas lustiges. Der reißt mir wieder woanders ein. Ich glaube, er hat den Geist gehört, oder? Ich höre es trampeln. Ja. Ich höre ihn. Da ist er. Ich höre ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Hauhauhauhau. Hauhauhauhau. Hauhauhau. Hauhauhau. Er schmutzt bestimmt Blut und Wasser wegen seiner Ausrüstung. Hauhau. Das ist kein Bewegungssensor. Ich nehme mein Salz. Ich kann nicht. Hm. Also langsam müssen wir mal zu einem Ende kommen, Leute. Was machen die denn? Das ist auch verdammt groß, die Mann. Oh, da ist er. Da hat Alpha jetzt aber. Wie war er das gerade? Da. Oh, da hat jemand verreden. Irgendwer ist gestorben. Ja, der ist es. Ach, da. Ben. Er ist, hörst du mich? Ja. Ach, du hörst mich? Ja. Sehr schön. Ich habe ihn die ganze Zeit gesehen. Ich habe mich in der Ecke gekraucht. Bei mir. Ich habe ihn gehört. Ich dachte, oh scheiße. Hab das Licht nicht ausgekriegt. Hab mich hingehockt. Und dann hat er mich erwischt. Die Sau. Ich habe mich auch geguckt. Ich habe gehört, wie er näher gekommen ist. Ja, ich habe gesehen, wie du gestorben bist. Hat er neben den Gefriertemperaturen schon was anderes gehabt jetzt noch? Als Beweise? Äh, nein. Scheiße. Ich würde mal sagen, Lolli ist wahrscheinlich der nächste, oder? Weil der hat auch nur null Sanity. Kann auch gut der Alpha wird. Ja, mal gucken. Lass uns mal gucken, wo die anderen sind. Ich, dass die da irgendwie Beweise haben und wie gehen der aus. Kannst, hörst du mich jetzt auch? Du hörst mich nur, wenn ich was, wenn ich Knopf drücke, oder? Äh, ja. Ich glaube, bei mir genauso. Ah, okay. Und wie war das Einzelnen? Anmodellieren. Weißt du nochmal? Die ganze Zeit alleine gewesen. Oh, das bin ich ja gewohnt. Das ist jetzt nicht das Problem. Es war ganz interessant, immer mal zu gucken, wer was macht. Mit dem Sensor. Krüthus, willst du uns was sagen? Ja! Also, da konnte man nicht Sachen irgendwie aufheben? Ich dachte auch, aber ich glaube, das ist genug Beschluss sozusagen. Ja, weil ich hab das probiert, aber um so ein bisschen Zeichen zu geben, geht aber irgendwie nicht. Wobei, jetzt nochmal der Ausgang, ich hab mich schon wieder verlaufen. Hier ist die Messehalle oder sowas. Erstens Raum. Ja. Please help! Äh, ja. Gut. Großartig. Da ist Destiny. Links müssen wir dann, ne? Ich höre jedenfalls Lolly und Alpha ganz leise. Ich hab die nur dann ausgesprochen. Ah. Wo kommen denn näher? Hörst du mich nur? Der ist? Ah, ne. Okay. Ich muss ja irgendwas drücken. Ja. Ah, doch. Ich wusste jetzt nicht, welchen Punkt ich drücken muss. Weißt du, wo der ausgehört? Oh, hier. Das Licht. Ich hab das manch. Deshalb könnte es sein. Warte mal. Ich weiß nicht, weil jetzt hat man den vorweg. Ich hab die Tasse. Klasse? Okay. Kingen sie bestimmt nicht mit, oder? Kingen sie bestimmt nicht mit, oder? Nein, ich bin ein Junge. Hurra! Bist du schon tot? Ja, du Idiot. Na klar bin ich tot. Guck mal, haben wir ne Benji? Was? Äh, haben wir ne Benji rein zufällig? Nein. Offen? Ein Journal, weil das will Sinn. Weil der Jagd gar nicht mehr jetzt. Und gerade ist ja die Blutgege gehandelt. Die wissen doch, dass der, dass der allein ging ab. Oder haben die das vergessen? Das Piep. Die hat uns eingesperrt. Den wir füllen? Und sie ist mit uns hier drin. Vielleicht sieht auch wir das, ne? Hm. War aber kein EMR5, ne? Die haben keinen EMR5-Reader dabei, den hatte ich. Ja, Alpha hat aber einen. Es hat gerade gepiept. Der hatte was in der Hand. Nee, das ist doch die Gasterbox vorhanden. Nee, nee. Das hat Loli. Alpha hat einen EMR-Reader, oder was hat der in der Hand? Das wollte ich dir hören. Aber er hat ihn gezogen. Ja, ja. Piep. Piep, 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 piep. Kann aber auch keine Bilderrahmen oder so benutzen. Äh, nö. Schade. Ja, habe ich mitbekommen. Ein bisschen von meinem Zeug wieder, danke. Also von meiner Kohle. Äh, wir haben Benji und EMF. Also wir haben EMF, haben Benji und Phantom. Ich guck mal kurz, was äh... EMF, warten Sie mal. Achso, ich guck mal kurz, was die brauchen. Mindestlich ergänzt das schon mal mehr. Äh, Benji braucht gefrierte Phantom, Fingerabdrücke und äh... EMF. Und Fatum braucht Orbs. Und EMF. Ich bleib mal auf Benji. Vielleicht haben wir Glück. Oh ja, haben Sie das gesteckt. Taschen, glaube ich, verlackert. Das ist, äh... Wahrscheinlich nippelt gleich der nächste ab. Wo ist denn ein anderer? Da ist ja nur... Da ist ja nur... Also Alpha versteckt sich hier gerade. Ich hab's in anderen gefunden. Nee, das ist Lolly. Nicht Alpha. Aha. Er scheißt sich gleich ein, sozusagen. Ich weiß, weil jemand es hatte. Ah, ich höre ihn gerade nicht. Ha. Es scheint aber jetzt nichts zu kommen. Zwei. Der ist... Äh, was ist aktivieren? Ich... Also entweder geht's nicht, oder es ist eine andere Feste bei mir. Hm. Eigentlich müsste ich den Lichtschalter benutzen können, aber es geht nicht. Kollege, wo leuchtest du hin? Hahaha. An die Decke. Sieht man doch. Lichtschalter, hab ich geguckt. Ja, ich hörte, ich hab den Lichtschalter geguckt. Hä? Äh, Lichtschalter. Okay, weil bei mir schaust du an die Decke. Man schaut dann auch den Lichtschalter an. Weil ich da jetzt geklickt hab, oder was? Was machen die beiden? Ach so, versteck nicht. Ich höre... Ich höre das Rampel, oder bist du das Lisse? Ich höre ihn. 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 Da ist er. Er slidet durch die Gegend. Ist natürlich auch geil, den Geist dann halt so zu animieren. Dann kann man richtig schön, äh, Animationsfrau sein, ne? Da braucht man keine Laufanimation. Ich hab's bessere Tage gesehen. Okay. Nein. Die dritte waren genau neben mir. Nein, war's nicht, Alpha. Hast du dich geehrt? Tut mir leid. Also wenn wir jetzt den Weg zurück in den Van finden, also ich jetzt in dem Fall, mal schauen, wie die Sendich bei den beiden aussieht. Ich weiß, wo du weg bist. Okay. Mach mal. Die haben noch kein Foto von mir gemacht. Doch, ich glaube, Lolli hat eins gemacht von dir. Hat was vorhin gesagt. Da bist du gerade gestorben. Oder kurz danach. Siehst du, wo ist er? Das ist nicht schade. Ah, Gott. Da ist er. Ui. So guckt er aus. Der ist, der ist hässlich, ey. Der ist richtig hässlich. Ey, falsch abgebogen hier. Oh, knapp gerade. Für die anderen. Ich glaube, hier ist der Ausgang, ne? Oh. Das Baby hab ich bei Gronkh im Video gesehen. Das ist hässlich. Boah. Das ist richtig hässlich. Boah. Was ist denn hier der scheiß Ausgang? Ich seh nix. Oh, da ist er wieder. Ja, moin. Grüß Gott. Ne, so weit wollte ich nicht gehen, obwohl wir sind kurz davor, ne? Hast du nicht gesagt, du kennst den Ausgang? Ja. Ich bin gerade so rein noch in den Raum. Hatte Herzkopf und alles. Hat dich viel gefehlt. Dann hättest Lolli auch erwischt. Sie muss... Ah, das sieht gut aus. So? Super. Lobby. Ich kriege dich. Ich geh mal kurz raus nochmal. Lobbyismus. Das ist mir... Ich... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So? Keine Fingerabdrücke. Wir haben eine Gefehl-Separation. EMF quitscht da zwar ein bisschen. Aber im Buch willst du nicht schreiben? Ja. So verworben. Oh, ho, ho, ho. Alter. Aber auf jeden Fall von der Ecke kommt es irgendwo. Da ist irgendwo der Raum, wo es rauskommt. Ja, wer ist der Kleiner? Weil der ist Sanity. Aber du hast doch vorhin noch den Witz gerissen. Wer zuerst stirbt. Ja, ja. Ich hab gefragt... Oder ist der Kleiner Raum hin in der Ecke? Ich weiß, der kommt nicht aus dem Raum. Ja, ich mein von da... Also von da... Von da startet das Scheiß-Wie auf jeden Fall. Ich hab mir das die beiden da noch... Ich bin gerade so in den Raum rein. Wir haben zwei Erfolge. Ja, wir haben uns nix. Ansonsten... Das Crucifix hast du ja noch, ne? Nee, die liegen beide. Liegen die da, wo wir gerade waren oder auf der anderen Seite? Nein, auf der anderen Seite. Die sollten wir da mal holen. Ich gehe davon aus, dass der von da kommt. Wie gesagt, ich hatte gerade Herz-Klopfen. Wir brauchen noch eine Halbähnigkeit. Ja, wir sind schon bei einer Stunde. Ich schaue hier draußen über die Kameras, ob ich sehe, wo er spawnt. Das wäre ne gute Idee. Er will nur den Elch auch fahren. Den Elch-Test bestehen. Nee. Der Elch-Test gab es lange nicht. So, dann hört das gut so. Viel Spaß noch sterben, sag ich mal. Und Alfa, wo der nicht die Totschen erkennt doch den Elch-Test nicht, wo Mercedes ist. Nee, nee. Ich habe einen Minecraft-Elch-Test gemacht. Lolli als Elch. Und naja. Musst du mal auf den Kanal gucken. Wir haben noch die beiden toten Beine zufällig? Wenn ja, gib ihm mal ein Zeichen. Äh. Frag gerade, ob einer bei ihm mit ist. Willst du mal hinterher gehen? Nein, wir haben auch Angst. Wir sind beide bei ihm. Äh. 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 Da müsst ihr doch den Becher sehen, oder? Ja, du wagen weißt du schon. Schmeiß den Becher mal auf den... Ich hab hier noch... Ich hab hier noch... Ich hab hier noch... Ich hab hier ne Kamera noch stehen. Gieß aber nicht an. Kannst du den Becher mal auf den Tisch legen, oder so? Was ist von das? Äh. Scheiße. Müde. Entschuldigung. Der Elch schnippt. Ich geh mal und gucke wo der Elch. Was? Direkt? Der Elch ist dahin. Äh. Mal zum Elch schauen. Ich kann die Tasse nicht mehr fixen. Ich weiß gerade nicht welche Tasse das ist. Äh. Tasse. Nicht Tasse. Müsste aber eigentlich die da sein. Das geht nicht. Komisch. Warum konnte der Elch dann den Becher anheben, oder ich nicht? Da ist irgendwas im Arsch. Aber gewaltig. Kamera 18, was kommt da hin? Ja. Kamera 18 kommt da immer wieder hin. Hm. Große Parade. Wie lange das Spiel noch, geht? Erlebt. Wenn du, darauf kommt успete Prozent damit. Da kommt der abrimier. ba Hasta dealer. Stehts das? Das müssten das? Derrivale Punkt sein wahrscheinlich. Der pigre du Deson�. Hörst du mich? Hört mich wahrscheinlich nicht. Hä? Ich sehe das nicht auf der Kamera. Warum? Wahrscheinlich, weil ich tot bin. Macht ja Sinn. Wir sind beide auf einer Ebene. Ich hätte noch eine Kaffeetasse gefunden. Sehr schön. Aber ich kann die andere hier nicht aufheben, die blaue. Ich weiß nicht warum. Ich gebe dir mal meine. Ja, mach das. Ich hole die andere. Ich kann das hier aufheben. Die geht. Ich höre den ganzen Schwellen von rechts. Oder willst du noch einen Ruf? Nö, nö. Kaffee ist gut. Alter, ich so hä? Oder willst du raten, was das ist? Ich glaube, wir raten eher, weil jetzt Hans hat er die ganze Zeit durch uns. Wir haben eine Minute und dann habe ich 30 Sekunden oder 45 Sekunden Zeit, um den Scheiß aufzustellen. Dann müssen wir sie erst verstecken. Oder auch... Ja, genau. Scheiß, haben wir eine halbe Minute. Alter. Alter. Die stellen sich an. Nee, komm. Ich würde sagen, Abhauen. Was würdest du denn... Der ist nimmer Benji am besten, oder? Ah, ich tendiere zu... Ähm... Warte mal. Es gibt einen, der keine... Der hat uns ja bis jetzt recht lange in Ruhe gelassen. Also beide alleine. Problem ist... Problem ist eben... F ist ja auch kein Mal. Ja. Ja. Definitiv. Äh, auch schon alle. Mal gucken, was... Ja, ich meine, deswegen ist er Benji. Weil wenn ich jetzt im Bus bin und du gehst rein, dann dürfte er eigentlich nicht jagen. Doch, hat er vorhin. Ja, ja. Hat er. Die Erg Benji-Gruppen oder alleine? Ich hab Phantom, würde ich dann sagen. Ja, Phantom. Oder was als... Phantom, ne? Ja, warte mal. Nein, nein, nein. Ich suche nicht. Ich meine, als Aufgabe haben wir auch EMF. Also EMF muss ja dann irgendwie mit drin sein, dass wir das ebenfalls als Beweis haben. Ich würde auf dem Wrath was... Gespenst? Ah. Weil wir... Weil wir... Ich hab Salz ausgestreut. Da, wo er die ganze Zeit rumbrennt. Er reagiert nicht einmal. Stimmt, stimmt. Er hat nicht drauf reagiert. Stimmt. Ja, das... 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 Okay, wenn ihr uns hört, wir locken ein Gespenst. Dann lassen wir Gespenst einloggen. Dann bin ich ja mal gespannt. Was nimmt... Okay. Gespenst. Hast du? Achso. Ja. Gespenst. Okay, Kenner. Ich nehme mal... Ich hab'n anderen genommen. Okay, mal gucken. Jurei, fickt die Henne. Alter. Es war ein Jurei. Ein Jurei sogar. Leck mich fett, ey. Ich wollte nur meine Items jetzt nicht verlieren. Das war mir klar. Das war... Zwei, dreimal war es bei euch beiden. Richtig knapp. Ich weiß. Wir haben's gehört. Oh, der war scheiße hässlich. So ein Bergarbeiter mit Axt. Ja, ich hab'n gesehen. Boah. Vor allen Dingen... Vor allen Dingen... Ich hab' ihn gehört. Ich hab' mich hingekniet. Gegen die Wand geguckt. Ich dachte, naja... Vielleicht hab' ich ja Schwein... Ich hab' die Taschenlampe nicht ausgekriegt. Und plötzlich... Äh... Feierabend. Aber... Du hast doch vorhin gesagt... Du hast doch vorhin gesagt... Man soll sich nicht... Äh... Gegen die Wand oder was? Wie war das? Ja. Nicht gegen die Wand, die zum Gang geht. Ach so. Hm. Ja, toll. Oder zu nem Raum, wo er spawnt, weil... Er kann durch die Wand greifen manchmal. Ja, okay. Aber er... Er müsste mich doch... Wenn ich hocke und gegen die Wand gucke... Müsste mich... Ignoriert er mich da nicht? Oder... Du warst gegangen. Ach so. Nein, tut er nicht. Schade. Äh... Ich würd' sagen... Äh... Lassen wir's erstmal. Ich bin ganz schön ausgelobt. Ich kann ihn mehr. Okay. Alter. Na gut. Ja. Ansonsten ein kleines Haus anfängen, das ist nicht so schlimm, Mike. Ich hätte ein kleines Mittel. Das geht auch. Ansonsten bleibst du im Bus drinnen und koordinierst du uns so ein bisschen, guckst nach Orbs, das Blaue gehen. Ihr könnt ja auch so noch ein bisschen mit dem Discord quatschen oder so, aber ich will erstmal grad nicht. Ich brauche mal eine Pause. Ich mein, ihr könnt ja gerne noch weiter spielen, so ist es nicht. Also das ist auch kein Thema. Hm. Ich hab kein Problem. Naja, lassen wir das erstmal, ähm, ich moderiere dann mal kurz ab, für mich und YouTube und dann, ja. Da bin ich wieder. Sehr schön. Kein Ding, Mike. Alles gut. Ja. Schön, dass du mich immer bei... Gut, dass du bist gemutet. Ich, ja. Im Discord. Äh... Ah, er nimmt auch auf. Du bist im Discord gemutet, also man hört dich nicht wirklich. Soll ich dir ausrichten? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte eigentlich nur kurz abmoderieren. Da warst du schon weg. Achso. Und es ist schön, dass das Lolli mich immer beim Namen nennt, aber egal. Warst schon. Ja, ist so drin. Sorry. Weil ich nenne mich so gut aus, das weißt du. Lange Rede, kurzer Unsinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich moderiere nochmal kurz ab. Wir sehen und unterhören uns bei der nächsten Runde. Quatsch mit Soße, hätte ich was gesagt. Äh, ja. Beim Chaotenquartett. Keine Ahnung. Sieht's euch aus. Äh, bei... Ja. Fass mich nicht an. Ich bin... Lass mir das. Mit dem Witz wird sich besser heute. Also, bis dato. Reingehauen. Also, bis dahin.